Hallo zusammen. So, wir testen heute wieder eine Flosse. Wir haben ein Fatih dazu. Wir haben etwas Neues bekommen. Das möchte ich euch vorstellen. Das wäre einmal die Firma Suntails. Wird in Deutschland verfliegen von MelulisaWorld.de. Ja, richtig ist das Sackhaus. Die haben eine komplett neue Monoflosse entwickelt. Das Tolle an der Salle ist, dass sie nicht eine bestehende Monoflosse genommen haben, die es sonst so zu kaufen gibt. Die sind Trauerland oder sonst Sportland. Sondern sie haben speziell eine Monoflosse entwickelt für das Meerjungfrauensstück. Also, ein paar Sachen dazu. Ich habe zwei Größen dabei. Das wäre einmal die Nui Nui. Das wäre für meine Größe schon 40. Da brauchen wir eigentlich keine Flossen mehr. Und die kleine, Kaiki heißt die, in Kleiden. Das Tolle an den Flossen ist, man kann die Blätter in neuen verschiedenen Farben werden. Das Material ist, muss ich ehrlich sagen, echt interessant. Das passiert wirklich wirklich nichts. Jede andere Monoflosse, die ich bisher in der Hand hatte, wäre und man die braucht. Das Gleiche bei der Großen. Also, ich möchte es euch wirklich mal zeigen. Da ist wirklich viel dabei. Und stabil ist sie trotzdem. Also optimal zum Schwimmen. Das ist so, dass das Plastikteil darauf gibt, der Hersteller Garantie länger wie ein Jahrzehnt. Ich muss nur noch zusagen. Die sind absolut überzeugt von dem Produkt. Die finden es wirklich klasse. Was auch noch dazu kommt, ist, man kann diese Fußaufnahme, diese Tasche, wir nennen es einfach mal Tasche. Da wo die Füße nachher reinkommen, kann man komplett abnehmen. Da ist noch ein Element dazu, dass es fest ist. Du kannst es austauschen. Wie schon gesagt, das Blatt hier gibt es in neun verschiedenen Farben. Klasse. Zu der Neopren-Auflage. Hier hat ein Stöckchen für die Füße. Hier ist eine Nahe, sodass die Füße getrennt sind in ihrem Teil. Also, das ist wirklich toll. Klasse. Trägt sich vor allem bequem. Wenn ich das jetzt hier wieder einpacke, es geht wirklich schnell. Klettverschluss. Zack, drauf. Hier, ohne zu machen. Klasse ist wieder einsatzbereit. Einfach fest. Zack. Kleines. Das wäre das Große. Hier gibt es für die Großen zwei weitere Weben, um die Füße festzuschneiden. Um den Härtegrad beim Schlimm einfach einzustellen. Ich hoffe, man sieht es. Zack, schwarz und schwarz. Ein bisschen schwierig zu sehen. Einfach festzuhren, Füße rein, festzuhren, fertig. So eine Monoflosse an sich sieht ja wirklich langweilig aus. Deswegen gibt es noch einen Bezug dazu. Ich habe mir jetzt hier ein schönes, klassisches Barbie-Lilla-Pink rausgesucht. So wie es sich mit der Webenfrau gehört. Nicht immer. Das Design an sich ist eigentlich gut genug. Finde ich ganz stimmig und passend. Der Bezug an sich fühlt sich wirklich toll an. Muss man wirklich sagen. Die Schuppen sind schön klein. Also so ein Tief macht einen schönen Eindruck. Und der Stoff ist auch viel dicker, als von den bisherigen Lehrsteller, die ich kenne. Und der fühlt sich auch glatter an. Also es hat wirklich was. Was toll ist, ich habe das Ding jetzt schon sechsmal im Wasser. Bin selber mit geschwommen, ganz klar. Ich musste ja selber testen. Und an den üblichen Stellen, an der Flosse, habe ich gesagt, ich habe noch kein Loch drin. Ist wirklich toll. Man muss dazu sagen, ich weiß, wie man mit einer Monoflosse umgeht und wie Flöcher reinkommen. Wer weiß, behandeln alle gleich. Ich will ja wissen, ob der Stoff was taucht oder nicht, dass ich euch eine Bewertung geben kann. Wie schon gesagt, an der Hinten, an der Stelle, da die üblichen Schwachstellen sind, sagt man es einfach mal so. Oder auch an den Spitzen. Super. Wirklich super. Von mir gibt es auf jeden Fall einen Daumen hoch für den Hütten. Jetzt ziehen wir es mal an. Dann zeige ich euch mal, wie so eine Flosse komplett aussieht. Nachher seht ihr meinen ersten Schwimmflusszug mit der Flosse. Da muss ich selber drüber lachen. Wegen dem Anziehen mit der Ruderflosse. Aber seht einfach selbst. So sieht die Flosse jetzt aus. Fertig. Einsatzbereit. Und los. Dann geht es auf jeden Fall. Und das ist schon mal der Flosse. Das ist noch von der Wien. Ich habe schon lange kein Flosse mehr ergriffen. Ich probiere es mal so. So kenne ich es auch noch nicht. Aber anders komme ich ja sonst nicht auf mein Zeiger. Ich brauche mal, dass ich krass. Okay, das ist gleich. Hier geht's. ... ... ... ... So, ihr habt mich jetzt gerade im Schwimg gesehen, ich bin schon wieder trocken, ta-da! Also, was ganz tolles, wir verlosen natürlich diese Flosse, also das ist die kleine, in blau, so sieht es blau aus, ich hoffe ihr seht, das ist auf der Haftung. Und wir verlosen diese Flosse bis zum 20.12. Das ist noch recht sein, dass du bei euch einkommst. Am besten hinterlasst einfach einen Kommentar unter dieses Video, teilt dieses Video und wie gesagt, wir suchen uns dann das schönste Kommentar von euch einfach raus. Das gibt es nur gewinnen, das ist die kleine Größe, lasst euch überraschen!